Halt, das war zu viel, machen wir so, das war zu viel, so müsste es gehen. Was? Was? Beine habe ich eben voll vergessen, was ich machen wollte. So alt bin ich schon, dass ich das vergesse. So. Ah, ich kann doch mit dir auch noch reden. Puh, 2000 aber. Himmel. Die kriegen wir doch noch, bestimmt wir. Das habe ich schon mit ihr gesprochen, oder? Ja, die wiederholt das noch. Das hatten wir auch schon, ja. So, warte mal. Nein, X. Ähm. Ich kann doch noch die Auswahl reinhauen. Grüße, sind wir hier für's? Jetzt brauche ich schon Achtung. Aber jetzt habe ich auch die Geister, äh, Talia 5 nicht. Gut. Willst du, was wir jetzt machen? Jetzt gehe ich noch nicht wieder runter nach Nokron. Jetzt kümmere ich mich erst mal um einen anderen Boss, der mich so angepisst hat. So, der da. Die sind jetzt fertig. Oh, was bin ich mit. Jetzt ist es scheißegal, ob ich danach dann erst den da unten in Nokron mache. Weil, weil. Ein behindertes Mistvieh, Alter. Weil ich ja jetzt eigentlich gewappelt bin. Alter. Ich hab, krieg gleich ein Herz-Casper, gell? Ich bring mich da einfach wie nix an. Ja, ich will nur durch. Leute, der hat halt nen Scheiß-Sumpf-Gebiet. So, lecker. Harishka Margate. Und ich will noch was probieren. Jetzt müsste ich besser in den Inventar packen. Und zwar war das Kristallwurfeile. War die Sonnen schlecht auf. Hey, ich dachte, wir reagieren darauf. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ich dachte, auf diese komischen Dolche reagieren die Typen. Heil dich! Boah, ich bin gleich tot. Komm mal, mit dem könnte ich ja was schaffen. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Ich bin gleich. Ich hätte echt schwören können, das würde eigentlich mit diesem Dolchen da im Inventar gehen. Wow. Oh, ich habe den ersten Hund aber doch gleich da. Und der zweite eigentlich mit keinem Problem bleibt. Fuck me. Ich habe irgendwas gelesen, dass diese Dolche helfen sollen, aber sie haben nicht geholfen. Was mache ich denn? Oh, hinter mir kommt jetzt schon wieder so einer an. Was willst du denn? Was willst du? Das war es jetzt davon. So, warte mal, ich... Ich dachte, ich hätte gelesen, dass das mit einem von denen gehen soll. Wir gucken mal, wir gucken mal. Das geht überhaupt nicht. Das hieß, die würden sich gegenseitig angreifen. Einen Teufel tun die. Das geht auch mal. Wann dann, wir sehen uns, wir sehen uns, okay? Ich stress mich mal nicht. Okay, jetzt habe ich Macht und heile mich erst mal. Ich hasse diesen Move, Alter. Heil dich, heil dich. Nein, warum greifst du denn den mit dem Zepter an? Du sollst auf den anderen zugehen. Weg, 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 weg. Oh Gott, ey. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Mein Imitatorndrehen steht sich ja genauso blöd an wie ich. Also ich muss ja eigentlich, okay. Ich bin gleich tot. Mein Imitatorndrehen ist tot. Natürlich. Ich hatte auch fast einen von denen down. Dann wäre der Rest kein Problem gewesen. Ich bin gleich. Mit ihm. Also beten. Ja, komm. Was, bin ich jetzt schon tot? Ich konnte gar nichts machen. Aber ich hätte echt... ...schwenken... Naja, dann halt nicht. Komm, ich hab auch... Ich hab heute einen guten Lauf. Heute kriegen wir die hin. Hab ich heute ein Gefühl. Stormace muss gar nicht unbedingt weitergehen, aber ich will drei Bosse oder so machen. Warum fängt denn meine Imitation an, wieder den anzugehen, den ich angreife? Gut, lenkt die ab. Fuck. Guck mich heilen, guck mich heilen. Guck mal, das schafft mir doch heute mal, oder? Ey, der konnert mich so in die Ecke. Ich kann mich nicht heilen. Scheiße. Ey, die schaff ich doch heute. Ich fange doch weiter. Ich fange doch wieder hin. Das ist los. Ich fange doch nur an die Ecke. Oh, ist das müssen die Ecke dann? Ich fange doch an den Känze. Genau, ich werde das. Das ist ein Punkt, ja? Ich fange doch mal an. Ich fange doch mal an. Ich fange doch mal an. Ich fange doch wieder hin. Sie geht doch auch an. Ich fange doch lieber an. Warum ich das gemacht habe, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich! Ey! So wird das nichts. Ich konnte mich nicht mehr heilen. So wird das nicht mehr heilen. guck mal hier was die aufmisch geiern hier gerade ja ist ja gut guck dir das an was ist denn mit dem das war der schlechteste Durchgang überhaupt ja 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 Das war's. Das ist so ein behindertes Design, dieser Boss, als du, gell? Ich krieg Kopfschmerzen, hör auf! Eigentlich müsste ich sein, hört auf. Kann ich mal heilen? Okay, okay, ich muss, ich muss, ich muss dringend alles heilen, du Scheißvieh! Ich hätte echt gedacht, die haben... Okay, ich muss das. guck mal ich komme gar nicht vorwärts ich bin irgendwo hängen geblieben ja natürlich heilig heilig ich konnte mich nicht heilen heute wird das gar nichts ja natürlich ich dachte es gäbe eine möglichkeit aber ich mache den heute fertig den boss der nervt ja das problem mit diesem mimiktier ist dass man immer so viel leben verliert ja 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 sowohl ich als auch meine ja 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 ja